Moin ihr Lieben aus der Tanzschule von Ösen. Leider sind wir immer noch alleine. Ich bin Gunnar. Ich bin Kerstin. Und wir beiden haben für euch einen Hip-Hop Party-Tanz mit 4 Achtern von Culture Candela. Und den wollen wir euch einmal kurz zeigen. Wir starten alle mit dem rechten Fuß und setzen einen Schritt nach vorne und ziehen die Arme auf. Auf 1, 2. Das gleiche mit dem linken Fuß auf. 3, 4. Wir laufen cool zurück. Rechter Fuß beginnt. 5, 6, 7, 8. Das Ganze wird noch einmal wiederholt. 1, 2. Linker. 3, 4. Lauf. 5, 6, 7, 8. Der rechte Fuß geht zur Seite mit einem Tap. Der Ellbogen zieht nach vorne. Rechter Arm. 1, 2. Wechsel. 3, 4. Wechsel. 5, 6. Wechsel. 7, 8. Wir gehen rechts in die Grätsche. Doppelwippen rechte und linke Seite über. 1, 2, über 3, 4. Wir wechseln die Seite. Öffnen die Arme auf. 5, wechseln die Seite. Arme schließen. 6, auf 7 wieder öffnen. Und auf 8 springen wir zusammen. Und danach beginnt der Tanz von vorne mit dem rechten Fuß über. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hip-Hop-Tab sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doppelwippen. 1, 2, 3. Öffnen. 5, 6, 7, 8. Das Ganze mit Musik. Culture Candela. Move it. Hat viel Spaß im Wohnzimmer. Mit Kerstin und mit Gunnar. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Doppelwippen. Zieh. 5, 6, 7, 8. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Move it, mit Culture Candela, mit unserem Hip-Hop-Party-Tanz, mit Kerstin und Gunnar zusammen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Tanzschule. Bis zum nächsten Mal.